Herzlich Willkommen zurück hier zu einer Wetterfugger What's Talked. Schön. The one and only Minecraft Sky. Victory 3. Pass auf. Äh, Sand. Ja, mein Inventail ist leer. Liegt daran, eben Aufnahme gestartet. Es hat kurz geruckelt auf Opa fällt runter. Also ein Tod, den ihr nicht gesehen habt. Obwohl der Tod ist auch gar nicht da gewesen, eventuell. Vielleicht habe ich noch meinen Inventail gehört. Eventuell. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. So. Das komische Chicken hier. Macht schön Bone Meal. Oh, fast schon wieder runtergeballert. So. Dann wäre... Der hier eigentlich mit der Verarbeitung von... ...Lapis dran. Hier Lorium haben wir schon ganz gut. So. Wir brauchen immer noch diese Empowered Crystals. Wir brauchen Grey Die immer noch. Das ist kein Problem. Ein bisschen Cobblestone-Button. Und so ein Enoria Crystal. So. Guck mal hier. So. Enoria Crystal. Zurück. So. Enoria Crystal ist kein Problem. Ein bisschen Cobblestone ist kein Problem. Davon haben wir auch genug. So. Schneebälle. Und dieses Graue. Insect. Bone Meal. Ja. Bone Meal ist auch kein Problem. Aber irgendwas schwarzes. Black Die. Ja. Nicht Black Quartz. Sondern irgendwas Black Die mäßiges. Warte mal diese. Diese Crystals haben wir doch auch schon. Das heißt, du musst da drauf. Du da. Du da. Ja. Wie kommen wir an das Black Die zu? Irgendwas Black mäßiges. Insect. Black Chicken. Ja. Dafür brauchen wir aber erstmal. Grundsätzlich irgendwas. Mystical Black. Flower. Mystical Flower Essence. Seed Repoessor. Mystical Flower Essence. Seed Repoessor. Mystical Flower. die bot ja wir brauchen halt bauen wir ja bauen wir aber da kommt halt nur irgendein schwachsinn bei rum was ist denn das hier alles roots corn kernels können wir überall kann man mit allem nichts anfangen aber wir haben doch hier vorne unsere seeds kiste oder auch nicht man ja wie schön das mittlerweile wächst farmer auch automatisieren der farmer den brauchen wir auch noch der bringt ganz viel sachen und die brauchen wir auch noch so blumen irgendwelche blumen sieht es hier akazien dark oak jungle seeds gras sugarcane dewy pebble melon eterwarzen pumpkin wirken spruce bei anderen komischen skyberry stingberry reister karotten wir haben jeden kram sogar draconium inferium haben wir auch wissen was jeden scheiß haben wir ja auch nicht dass wir brauchen flachs coffee seeds petronen barley aber nicht das was wir brauchen cookies lapis wir könnten doch theoretisch mal hier davon davon können gast hier ganz ecke das kann man gerne oder machen auch nichts wirklich vernünftiges in der tnt tnt creeper chunk tnt tnt fire charge blueprints und welche ganz schöne geschichten hier können damit water bottles machen braun engineer's workbank du hängst bries botanik bio ohne altar feierer kraft sind machen explosive generator Moment. Ein TNT. Irgendwas rotes, Redstone mäßiges. Das haben wir doch mit... Ah, guck mal an, guck mal an, guck mal an. Maschinenblöcke. Ein Furnace, das sollten wir auch hinbekommen. Ein Furnace-Generator. Moment. Noch mehr Furnace-Generatoren. Ein Explosive-Generator. Warte mal, wir haben noch hier... Guck mal, was wir hier haben. Einen Gunpowder hier haben. Wer macht Grid-Power? Alter. 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 What the fuck? Oh, der macht ordentlich Power. Aber auch ordentlich... Aua. Für mich. Ordentlich Aua und ordentlich Power. Wow. 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 Was haben wir noch so eine schöne Sachen? Coal-Generator. Pink-Generator. Stirling-Generator. Partikel-Generator. Empower-Generator. Empower-It. Turpin-Generator. Fire-Other-Glay. Was sind Flux-Gener... Oil-Generator. Momentchen mal... Was ist das hier für ein Ding? Das ist der Oil-Generator. Okay. Cobblestone-Generator Methan Digester-Generator Biodiesel Refinery Plant Oil zu Ethanol zu Biodiesel Wir brauchen eine Farm Farm Das ist aber kein Strom mehr Klassiker Coal Oh So wirklich viel Charcoal haben wir auch nicht mehr Das heißt wir müssen uns jetzt allgemein ähm alternative Energiegewinnungsmaßnahmen Äh nooo Ach Mist wie hat man Na Wie hat man die nochmal hergestellt Ganz normal Eisen Iron Uuuuuhh Block of Iron Das Ding ist Teuer Das Ding ist verdammt teuer Und noch ein Iron Casing Du bist jetzt ein Farmer Und machst uns ganz viele Sachen Und brauchst ganz viele Sachen Verdammt Wie groß ist der Farmer Das hat eine große Fläche ne Das Ding ist Tadah Ich 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 Wir müssen auch langsam nicht anfangen umzubauen. Vielleicht sollte ich mir mal eine Schaufel besorgen. Noch ein bisschen. Wir brauchen aber viel mehr Platz. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass man irgendwie... Tree Farm, Tree Farm, Tree Farm, Tree Farm, Tree Tap, Steve Cards, darüber machen wir. Wir nutzen Steve Cards. Aber jetzt hauen wir erstmal die Farmer hin. Moment, warum mache ich das? Strom. Energie. 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 Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Gut, dann kriegen wir da Strom ran. Und der sollte die ganze geschichte ein bisschen abharvesten, ein bisschen, wenn wir den jetzt da reinschmeißen, genau, der füllt sich hier, doch müsste er sein. Das müsste er eigentlich machen, müsste er eigentlich machen. So da. 16. Dann müssen wir langsam anfangen umzubauen hier. Langsam ist eigentlich zu langsam. Schnell müsste er nicht umbauen. Wir könnten theoretisch irgendwie da rangehen. Irgendwie fehlt uns aber noch so ein, zwei, drei Stück. Ja, das reicht. Jetzt ist die Folge auch schon hier vorbei. Mist. Dann brauchen wir. Gib her. Charcoal. Eventuell davon. Dann könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen Canola gebrauchen. Guck mal, was wir davon da haben. Dann kannst du hier so langsam aber sicher das Canola durchprügeln. Du kriegst Canola Öl. Und machst daraus ganz gemütlich hier so ein bisschen Öl. Ja, Öl. Ja, Öl. Kannola Öl und Öl. Davon haben wir auch nicht mehr so wirklich die Welt. Wie sieht das hier aus? Du harvestest ab und harvestest an. Dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen Canola. Das ist sehr gut. Okay, daran werden wir uns ein bisschen aufziehen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine automatische Produktion. Und das wird jetzt die nächsten Folgen passieren. Automatische Stromproduktion. Das ganze Gerät hier automatisch. Wir brauchen Platz. Das heißt, Steve Cards, kleine Baumfarm. Und dann massiv erweitern. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal hier mit dabei seid. Ich würde auch mal sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Boom.